wir sind wieder da wir sind wieder in so entschraudet und erwartet schon eine neue quest auf mich und gucken sie einmal nächstes unter der cam aber hier ist noch ein nicht entdeckter überleben da ist neu reingekommen den müssen wir finden den müssen wir finden ich muss mal wieder reinkommen hier in the game viel zu lange nicht gespielt wir gehen mal gucken der sagt bestimmt hier ich habe gehört da ist gibt es noch eine oder eine nächste von der silhouette aus wie sie klammen blut die erde bebt vor jetzoren steig herab um die ewige wut auszulöschen ach so die hollow haus wahrscheinlich steig hinab in die hallen der erloschenen inzwischen hast du die erloschenen kennengelernt fahle knochenhüllen beseelt von zorn und dem fluch der flamme die legenden besagen dass sie in große unterirdische hallen unbekannten ursprungsverband wurden ich habe während meines studiums eine solche halle entdeckt aber ich konnte sie nicht betreten vielleicht kannst du es stellen am besten wenn möglich ein team zusammen um hinab zu steigen findet die hallen der erloschenen hallo gewinnen schade kann ich dir nun leider nicht mehr zuschauen will nicht gespoilert werden also ich habe einen host offen herr teller wir müssen doch eh ein team zusammenstellen wenig gespoilert werden bist du alleine in die hallen rein oder wie oder was oder wer er tut was vergessen niemals nini das sah ein bisschen nach erbrechen aus noch so ein liebes plüschtier ja ja hab das update noch nicht angeschaut na das update ist ja quasi dass man ein paar mehr sachen machen kann und dann diese diese dungeon hallo commander kilo möchtest du mitkommen ich brauche ich brauche jemanden ich brauche leute die jetzt mit mir da rein gehen ich habe extra das spiel als host gestartet aber klang wie eine einladung lockt mal ein ja es war auch eine einladung kommen sie kommen sie die haben alle quests das spinnrad flammenblut du arbeitest jeden tag so unermüdlich dass aus minuten stunden und aus stunden tage werden benutze ein spinnrad um beim weben von leinen und garn effektiver zu sein der schreiner weiß wie man es herstellt kai los alle rein da die geheimnisvollen hallen der erloschenen die schaurigen katakomben welche die erloschenen beherbergen gibt es also wirklich meine tante elin hat immer geschichten gesponnen aber du kennst sie ja sie war schon immer eine märchenerzählerin wenn der alte balthasar sie selbst gesehen hat dann ist es wahr oh denk an die materialien die architektur die schätze ich wünschte meine kleinen beine könnten mich auch dorthin bringen oh verbesserter wasserboden spinnrad brauchst holzscheite für aber das kann ich später machen wir müssen erstmal in die hallen mit einem einfach nur kludi glaube ich ich glaube einfach nur kludi auch ne quest ne neue hüte dich vor den erloschenen meine liebe der archimist hat dich beauftragt die hallen der erloschenen zu betreten hüte dich vor den erloschenen im inneren diese diebe versuchten einst teil der flamme für sich zu beanspruchen und wurden von den erbauern zur strafe verflucht nie wieder die wärme eines anderen spüren zu können ich habe fast mitleid mit ihnen die quatschen einfach nur mit uns gar keine quests guck mal ein teller ne eine kilo kilo wie schnell hatten das bei dir geladen aber du warst schon drin ne ach da hinten ist ein teller ne hier vorne ist er, er lebt noch teller, geht's dir gut? hahaha geht's dir gut teller? bei mir hat es vorhin auch ewig gedauert gute heitergerechnet ja aber beim ersten mal hat es bestimmt auch lange geladen bei dir oder? ich war jetzt halt ne weile nicht drin hm wenn ihr irgendwas an tränken und so braucht könnt ihr euch natürlich nehmen ne? völlig klar alles, könnt euch alles nehmen was ihr braucht könnt ihr mal ein bisschen stöbern teller? wieso gestolpert? ich komm gleich ins discord Moment, ich will bloß meine taschen leer machen soweit es möglich ist wo werkbank? äh, oben! im lager da oben ist sie äh, oben! äh, oben! wo gehört denn hin? hm da Oh, mehr als 5000 kann man nicht stacken. Alles klar. Habe ich genug Pfeile? I don't know. Obwohl, ich habe 342 Eisenpfeile. Ich komme mal ins Discord. Wir haben natürlich keinen Entschrouded-Channel, aber ist egal. Hallo. Hallo. Hast du noch gar nicht die Heilen gemacht gehabt? Oder hast du schon? Ich bin beim dritten. Teller holt seine Leiche? Wie, Herr Teller holt seine Leiche? Wieso warst du tot? Ich bin beim Runterspringen abgestürzt. Warum bist du... Nun. Also ich habe eigentlich... Ja, weil Grafik irgendwie ein bisschen eignatisch. Teller muss man, glaube ich, ein bisschen leiser stellen. Obwohl, der ist sonst immer so leise. Heute hat er mal eine gute Lautstärke. So. Also, Kelo, du heilst uns, ja? Teller tankt und ich mache... Bäm, 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 bäm. Du hast bestimmt so ein... So ein Never-Ending-Zauber schon, oder? Natürlich. Ich wollte gerade in den Chat schreiben. Okay, weil sonst hättest du dir nehmen können. Ich habe so viele Zauber rumliegen. Ich schleppe nur ewiges Zeug mit mir rum. Keine Eile, Teller! Ist er da wieder abgestürzt? Ich weiß es nicht. Boah. Ist irgendwie immer so, ne? Dass man auf die Männer wartet, oder? Oh, furchtbar, ne? Da hinten ist er, okay. Ne, vielleicht ist es anders, aber, ja. Ich habe jetzt eine Leiche gerade gefunden. Wenn wir uns zu der Hochweide-Porten und dann darüber gleiten, meint ihr, das klappt? Ja, ich... Ich glaube, es reicht nicht ganz, aber ja, müsste eigentlich gut sein. Kommt ein Teller geflogen. Okay. Dann... auf zu den Hochweiden. Völlig egal, das gerade dunkel wird. Oh. Könnt ihr nicht so lange tanzen, oder so? Ne, das geht nicht. Sieht man das von hier schon? Das ist nicht... Das sieht aus wie ein Loch im Berg, oder? So rot leuchtend. Ach, da! Ja, ja, ja. Ist das das? Könnte hinkommen, oder? Du warst schon dort. Ja, aber das habe ich doch bis jetzt wieder vergessen. Mhm. Ich bin alt und vergesslich. Guck mal mal, wie gut wir da rübergeflogen kommen. Ihr habt ja bestimmt alle den... den Lechi-Dings, oder? Natürlich. Ja, und ihr habt doppelsprungeskript. Ha! Ah, ja, ja, ja! Das ist so schön mit dem Glitzer. Das ist so schön mit dem Glitzer. Ja, bin ich ja auch, hm? Mal gucken. Boah, du bist viel weiter geflogen, als ich. Frechigkeit. Und der Teller? Teller wieder... Teller, bist du in dem Spiel auch langsamer? Ich frage ja nur. Es war nur eine Frage. Nein, auch. Ach so, Wölfe. Ach, guck mal, sehen die anders aus? Mich greifen die aber, glaube ich, an, oder? Ich habe Abwehrbeginn gemacht. Vielleicht greifen die sich nicht an, weil du... Weil die... Das ist ja cool. Weil ich Friends bin mit denen. Greifen die euch auch nicht an, oder was? Das ist ja nice. Teller, jetzt komm doch mal hier hoch. Ich habe was zu essen gefunden. Ach so. Go, Teller. Ich habe jetzt schon mein Patch hier. Das ist ja nice. Die greifen nicht an, weil... Guck mal, da muss das nur einer in der Gruppe skillen? Wie cool. Die machen mir trotzdem ein bisschen Angst, dass du zu weit weg bist, dass sie sie angreifen. Das hat ja irgendwie eine Umkreisanzeige, ja. So, hier? Nee. Aber 22 Meter, warte mal. Nach oben, ne? Wir müssen hier ums Eck, oder? Ja, da geht, glaube ich, ein Weg lang. Links oder rechts? Äh, äh, rechts. Äh. Ah ja, hier ist ein Weg. Standort oben. Ich bin so gespannt. Das war doch was, was ich mir immer gewünscht habe. Ich habe doch immer gesagt, so, als wir das gespielt haben, oder als ich das gespielt habe, ja, und stell dir mal vor, dann hat jeder so seine Rolle und dann kämpft man zusammen in Dungeons so und so und jetzt ist es da. Oh, die haben heute geschlossen. Schade. Wie? Wie jetzt? Ich will, wir locken uns auf. Ach, wie cool das aussieht. Ja. Hallen der Erloschenen. Soll ich öffnen? Soll ich aufpassen? Ja. Iiii. Zack, tot. Dahinten leuchtet's. Okay, lass Knoti rein, wir machen wieder zu. Ja. Lesen. Ich lese mal mit Habtaste, äh, mit Dings, damit ihr auch was hört. Sie sind schließlich mehr als nur Legenden, die Hallen der Erloschenen existieren und in ihrem Inneren erklingen die Melodien einer vergangenen Ära. Erinnerungen an eine Zeit, in der ein klarer Himmel herrschte und das Miasma noch tiefer unter uns schlummerte. Diese Hö- Hey, 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 hey. Diese Hallen unbekannten Ursprungs gibt es schon seit Jahrtausenden, aber ihre Architektur unterscheidet sich von dem Stil der Erbauer. Sehr merkwürdig. Es heißt, dass diese Gruften als Verbannungsorte für die Untersten der Gesellschaft dienten. Ich frage mich, ob die verfluchten Bewohner immer noch auf dieser irdischen Ebene wandeln. Wir werden es herausfinden. Die Kelo, die muss erst mal alles kaputt machen. Jahrhunderte lang hat es hier schön ausgesehen und die Kelo so kapumm. Teller, komm. Ja, ja, alles gut. Ne, Heiler, ich laufe hinten. Oh, da wartet schon was, oder? Level 10! Was fliegt denn hier rum, hä? Keine Sorge, die sind nett. Die roten sind nett. Aha. Sind die von dir, oder was? Hm. Ja. Stimmt, die sind von mir. Ah, wo du es geht? Hast du gerade einen Totenkopf nach mir geworfen? Nicht nach dir. Ich hab, du bist an den Weg gelaufen. Ach so. Stand da halt zufällig. Na gut. Wir verwenden mal das mal. Könnte gleich schweben. Hallo, Knight. Ich war heute schon fleißig, hab zwei Kuchen gebacken. Nice. Oh, hier haben wir ein Ding ins... Aber hier war ja jetzt noch gar kein Miasma. Hm, okay. Das sind halt nur Level 10er, ne? Die haue ich einfach so... weg. Wenn ich sie treffe, natürlich. Oh, hier ist wieder was zum Lesen. Und da leuchtet was. Oder? Nee, es war nur eine Kerze. Ach. Ist das auch von dir hier? Das ist so Heilung, die man aufnehmen kann, oder was? Ich weiß nicht, wo die herkommt. Da oben? Was war das? Was hast du jetzt aufgenommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Guck mal, da ist ein Strich hier auf dieser Barriere. Da waren eben noch zwei Striche. Das heißt, guck mal da, da oben. Da kann man hoch. Ah, das heißt, das eine... Wo? Nach da hinten. Ah! Barriere gelüftet. Ja, mal ein bisschen frische Luft hier reinlassen. Was soll schon passieren, wenn man da reinsegelt ganz schnell? Also da kann doch nichts passieren, oder? Ja. Kannst du dich nicht vorwarnen, wenn du dein Verderben rennst, oder? Na, ich hab grad gesehen, dass da ganz viele langlaufen. Ja, du kannst mich doch aufheben. Oder? Oh, oh. Ja, na klar. Nee, ja, nicht vorwarnen. Wir tun so, als wären wir alle das erste Mal hier. Teller muss vorlaufen, der ist Tank. Das ist nicht schön hier. Bisschen, äh... Eng, ne? Jetzt kommen wieder die Kinder. Oh, Engel, so cool, ne? Hier ist ja gar nichts. Außer... Hab ich eigentlich von Kilo erwartet. Ich hab extra nichts gesagt. Hier sind Kuchen und Rhabarberkuchen. Nice. Ich glaub, das sind Gegner. Ja, aber nur einer. Zwei. Oh, die kommen jetzt. Das war jetzt aber nix. Die sind halt nur Level 10. Wahrscheinlich ist das, äh... Für... Ja, weiß ich nicht. Heil mich! Teller so, ich hab einen! Und ich so... Und ich hab die anderen! Hahaha. 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 Teller vor! Ich steh mich allein. Hahaha. Noch ein Tor. Hahaha. Achtung! 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 Teller! Hallo, Akku! Hahaha. Hahaha. Oh, die haben die Blutanzeige auch geändert. Ektoplasma-Fragment. Das ist neu. Das Indie-Level hängt vom Gebiet ab, wo sie sich befindet. Okay. Hier können wir eine Ausrüstung reparieren. Okay, aber das ist wohl leucht... Fortgeleuchtet. Ja, war kein Buch. Hab aber auch erst gedacht. Ich heile aber mich nicht. Toll. Malte Heilerkrankheit. Kenne ich. Ich heile aber mich nicht. Toll. Malte Heilerkrankheit. Kenne ich. Ich habe nur eine Geheimtür gesucht. Ey! Rotes Marmor. Frag mal. Hallo? Wieso hast du das kaputt gehauen? Da war ein Bücher drin. Du kannst die Bücher... Du kannst sie jetzt suchen. Ja, aber wo denn? Wie denn? Lute einfach mal. Na, hier ist aber nichts. Ich bin... Steh im Regal. Du... Geh gleich nah ran. Ja, hast du... Ja, das ist so, wenn man mit Feuer auf Bücher wirft, sind sie dann weg? Ja, das funktioniert. Na gut. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Oh, warte. Oh. Also einen haben wir schon gerade wieder. Drei Jahre gelüftet, stand da. Welche Barriere? Wo? Ja, bei mir, sorry. Zum Greifen nah. Wir sind schon so nah, mein Freund. Vielleicht geht es dir wie mir. Grenzenlose Macht, unendliches Leben, ein ewiges Licht, das in der Stille brodelt und in Türmen und Heiligtümern eingeschlossen ist. Was kann es dort Gutes bewirken, frage ich dich. Es sehnte sich danach, geteilt zu werden. Warum ergreifen wir es nicht gemeinsam, mein werter Flammenwächter? Die Tiefe rufen, komm näher und nimm meine Hand. Ich ziehe dich in den Schlund, dein neuer Freund. Aha, klingt ja sehr vertrauenserweckend. Klingt ähnlich wie das Girl gestern in Aquatik... Aquatik? Aquaristik? Upsi. Äh, was heißt Upsi? Bist du Teller? Bist du Teller? Teller? Ich bin Teller, ja. Ja. Da war ein Loch am Boden. Oh, Teller. Das ist ein ganz kleines Loch. Ja, nee, das kann man schon mal übers... Aber da müssen wir bestimmt eh rein, oder? Ja, warte. No! Was denn? Es ging tiefer runter, als ich dachte. Aber ist Teller jetzt tot, oder was? Ja. Ja. Oh, nee! Kann man... Kann ich ihn aufheben? Na klar. Oh, naja, gut. Okay, dazu müsste ich allerdings... Ich hab hier so mal hier drin geflogen. Oh! Yes! Na, ich bin vielleicht ein bisschen weit reingeflogen. Ich komm noch mal zurück. Die haben mich bestimmt noch nicht gesehen. Aua! Wie kommt man hier wieder hoch? Ach, du Schande. Ich komm mir ja oben wieder hoch. Okay, du, I'll miss. Warte! Warte! Wo bist du denn? Unten! Wo unten! Ganz unten! Hä? Ja, ich bin vielleicht... Ich hab den Gleiter... Ach, du bist hier. Du bist überhaupt nicht ganz unten. Da, ich bin wieder hochgerannt, nachdem ich ganz unten war. Wie kriegt man denn den Teller jetzt zurück? Wie kommt man denn... Ich lebe doch schon wieder. Ach so. Das nächste Mal springst du vielleicht nicht einfach so in irgendein Loch rein. Oder guckst du, wo du irgendwo läufst? Ich hab's ja gesehen. Ich wollte am Rand halt irgendwo landen. Ging halt tiefer. Geh, ist immer vertrauenswürdig. Geh, ist aber keine Granny, ist so kunst schnell... Oh! Boah, ihr kleinesen Kleinen, ne? Was flattert denn hier rum? Was ist denn das? Ich stehe da rum. Ah, okay. So, wir kommen ja nie wieder raus, oder? Doch, doch, doch. Bestimmt. Irgendwie. Irgendwann. Kann man das ja eigentlich zerhacken? Was ist denn das? Was denn? Ja, kannst du... Ah! Ich nehme mal ein bisschen was mit, weil... Das wird ja für irgendwas gut sein, dieses Ectroplasma. Oh! 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 Sucht derweil mal nach weiteren Barriere-Listungs-Dingern. Barriere-Dings-Booms-Dingern? Gefunden. Mhm. Oh! Oh, der haut mich... Wenn man da in das grüne Zeug geht, ist das gefährlich? Sollte man das tun? Ja, nein. Äh, du verlierst... Sieht er noch aus, ne? ...deine... Also, ich habe vorhin zumindest all meine Ausdauer verloren. Ah! Nein! Okay. Nein, klingt immer gut. Uff. Ja, deswegen soll man sich nicht trennen. Wieso bist du denn jetzt... Geht's dir gut? Ja, ich bin nur gefallen. Das hätte auch das Nicht-Trennen nicht geändert. Ah, ich habe noch das eine Barriere-Ding geholt hier, was du wahrscheinlich holen wolltest. Das andere kriege ich von hier aus nicht. Da müsste man nochmal hoch. Genau. Mit Rechtsklick kann man seinen Flug abbrechen, ne? Weißt du bestimmt. Oh, das sah aber wunderschön aus. Geil. Schöner Sturz. Richtig so ein Köpper auf dem Steinboden. Geil. Rüms. So. Dann können wir jetzt weiter. Oder wir lassen Teller auch mal nach oben. Ja, wir lassen Teller einfach mal. Mhm. Es ist weit genug oben. Danke. Danke. Los, Tadakifor. Jetzt will ich fast ins Loch kommen rein. Mhm. Also hier ist auch wieder so ein Reparatur-Ding, wenn man möchte. Dieser rote Marmor, den kann man wahrscheinlich auch hier aus den Wänden kloppen, oder? Der liegt manchmal in den... Ich hab mir nicht versucht, hier eine Wand anzukrügeln. Es gibt immer ein erstes Mal. Jetzt schützt gleich alles ein hier. Naja, passiert leider nichts, außer dass es kaputt aussieht. Ja, okay. So, links oder rechts? Frau Clody. Warte, ich muss erst noch ein paar Bücher mitnehmen, bevor Kelo wieder ein Feuerball draufschießt. Ich mein' ja nur. In 10 Minuten gibt's wieder doppelt... Ah, cool. Super macht ihr das, oder? Ah. Was denn? Oh, da sind Stacheln links und rechts geht's nach unten. Ah, ich glaub' wir müssten theoretisch weiter runter und links gibt's bestimmt irgendwas zu holen. Vielleicht. Hm. Hm. Boah. Das sieht ja sehr, äh... Oh mein Gott! Soll man hier dir rüberkommen? Ich bin einfach drüber geflogen. Da ist noch einer. Ich bin einfach drüber geflogen. Ich bin einfach drüber geflogen. Aua! Aua! Oh, nein, ich hab... Hat man alleine hier genauso viele Mobs, oder ist bei dir das mit der Gruppe... Nee, das ist genauso viel. Okay. Deswegen soll man ja eine Gruppe machen. Aber das geht ja eh jetzt noch, weil die nur Level 10 sind. Wie glücklich sind wir darüber, dass es kein Friendly Fire gibt? Ja. Ich hätte euch vielleicht... Also eventuell... Oh, was ist jetzt hier drin? Ein Cobra-Kern-Zauberstab. Äh... Und ein Unterkieferbrecher. Die, aber die sind natürlich nicht so dolle. Aber es ist hier drüben war was. Hier ist noch eine Tür. Und hier ist ein Dings. Ein Türöffner. Ja. Oh, noch was zum Lesen. Ich eile. Ihre private Vorleserin ist zur Stelle. Komm zu mir. Du hast es weit gebracht. Es war richtig von mir dir, meinem Wohltäter Vertrauen zu schenken. Warum bleibst du in irdischen Ketten gefangen? Das rote Band des Schicksals ist um deinen Hals und deine Handgelenke gebunden und schneidet in dein Fleisch. Du wirst von Haken der Vorbestimmung zerrissen, die sich tief zwischen deinen Rippen verankert haben. Befreie dich. Finde mich in diesem Seelenmeer und entkomme mit mir. Streck die Hand aus. Nur noch ein kleines Stückchen weiter bis zum Grunde. Lass uns gemeinsam wieder auftauchen. Du weißt, wer das geschrieben hat. Äh... Wisst ihr, wer das geschrieben hat? Mh-mh. Oh, kennt ihr den? Hm. Okay. Dann ging's wo wir vorhin runter sind. Vielleicht doch nicht weiter? Ich will alle drei erstmal stehen bleiben. Naja, weil ich dachte, hier kommt doch irgendwas. Hahaha. Das Regal sieht aber auch nett aus, ne? mit den Totenschädeln oben. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir dann hier noch den neuen Überlebenden finden. Ahhhhhh. Bist du das, die das macht, Kilo? Vielleicht. Hast du die Tür hinter dir wieder... Nee, die Tür hab ich nicht zugemacht. Ach so, der hat sich ja da voll die Nase eingehauen. Oh. Was ist die Geräusche? Was ist das, wenn's in zwei Richtungen geht? Kann man mal gucken? Hat die Tür mit... Hm. Willst du doch nicht gucken? Ich hab ja geguckt. Aber da hätt... Weiter wär ja die Tür aufmachen gewesen. Nö, da war keine Tür. Da ging's mit die Ecke runter. Hä? 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 Da war doch geradezu ne Tür. Was ist so ne Tür? Oder? Ja. Tatsächlich. Ist es keine Tür gewesen? Nö. Äh. Will man da langen Teller? Schau grad. Schau grad. Ups, tot. Kaputt. Hier sieht man ja richtig viel. Aber hier kann man... Du meinst, in dem Grün ist doof, oder? Grün ist doof. Ja, das ist wahrscheinlich, dass wenn man runterfällt, dass man hier wieder hoch kann. Also Teller merkt du nicht? Trotzdem nochmal auf der anderen Seite. Hat er, glaub ich, nicht gehört. Hihihi. Doch, hab ich. Ah, ups. Ich hab gar nicht gelacht, ich hab wegen was anderem gelacht. Hallo Silber Molly. Mhm. Sehr cool, wenn man Leute mit dem Greifhaken hochziehen könnte. Ja, irgend so was. Oder von der Klippe runter, ne? Nein. Nein, nur hoch. Nur Positives. Na klar. Warte, lass auf den Teller warten, der ist doch nicht so schnell. Volltreffer. Wow. Haha. Hilf mir. Die sind schon frech. Wieso? Die greifen einen einfach an, wir hatten noch gar nichts gemacht. Man ist nur in ihr heiligstes Heiligtum eingedrungen. Aber sie sind doch erloschen. Hä? Ja, jetzt sind sie auf jeden Fall ausgeloschen. Mhm. Sehr schön. Gibt's da oben was, Teller? Gibt's da oben was, Teller? Wer guckt schon? Nö. Guck mal, hier wär auch ein Haken gewesen, ne? Da hätte man von oben Bäm, Bäm, Bäm machen können. Hä? Oh, hier geht's aber los. Oh! Oh! Ja, ja, ja. Aua! Wie geht's gut? Alles gut. Alter! Wo kommen die alle her? Was? Geh' nur einig! Was? Da ist noch einer. Wie war? Jetzt nicht mehr. Oh, da oben ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Sag mal! Geh' langt! Ich werde die vielen Totenköpfe mit mir rum schleppen. Da kommen noch mehr. Oh, what? Manche sind aber hier. Aua! Wir sollten zusammenbleiben! Auf! 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 Manche sind ja heftig. Die mit den Fahnen sind besonders heftig. Ja. Oder Sensen oder was auch immer das sein soll. Oder Sensen oder was auch immer das sein soll. Ich glaub, die haben ja so ein Symbol über sich, dass die öffnen bestimmt die Tore. Barriere gelüftet. Jo. Denkst du, ich hätte nicht gesehen, wie du auferstanden bist? Du kleiner! Und jetzt noch mehr? Oder war's das jetzt? Da oben ist noch mehr. Hinter uns, ja. Oh. Sie kommen! Von hinten! Heil dich, Maltella! Wie denn? Mit nem Heilsrank? Was hab ich nicht? Was benutzt ich? Was? Dann hilf mir! Sollte für das ich keinen Schaden kriegen! Aua! Was hab ich denn jetzt? Ups! Leute! Das ist ja, das ist ja hier Krawall und Remi Demi jetzt! War's das jetzt? Weiß nicht, da oben ist noch was. Wo? Ach, da hin... Oh, oh! Oh, jetzt sehe ich sie auch! Luft ist sauber. Wie viel Luft ist sauber? Das heißt, glaube ich, anders. Die Luft ist hier so rein! Das scheint jetzt erstmal nichts nachzukommen. Na ja. Meine Nerven! Ich dachte, du warst hier schon drin. Ich vergesse doch alles immer wieder gleich. Ach so. Herr Kontrakeks? Ja. Der guckt halt. Hier gibt Bogen. Hier gibt's Steine. Ich hab nix rausgenommen. Oh, hier gibt's was. Nichts zum Lesen. War wieder nur ne Kerze. Geh ich mal in die andere Richtung. Oh, hier gibt's auch was. Oh, Hallen der Erloschenblock ist hier drin. Silberschussbogen. Oh, Hallen der Erloschenblock. Stahlschwert des Sakrilegs. Sieht aber auch nett aus. Der Bogen, ne? Oh, ist leider nur 13. Aber der hat auch nettes... Der hat dortköpfe. Ja, aber wenn das jetzt nur ein Level 10 Dungeon ist, wie sind denn dann die Level 25er Dungeons? Da musst du ja zu 6 rein. Ich hab grad gesagt, also ich bin ja jetzt im dritten gewesen. Und mal abgesehen davon, dass die super lang sind. Also ich find den ja auch schon lang. Es wird halt heftig. Es sind halt auch echt super viele Gegner. Also im vierten mach ich auf keinen Fall alleine. Also im dritten alleine schlafen. Okay. Aber wir haben noch gar keinen Boss gehabt, oder? Nee. Cool. Ich mach das doch mal ordentlich. Hier gucken Leute zu. Ach, so viele gucken da gar nicht. Die Tür sieht verdächtig aus. Alten? Oh, aber das war der... Ich glaub, ich hab grad den... Ja. Den, den, den Überlebenden gefunden. Hast du. Aber der Überlebende sah gar nicht lebend aus. Hm. Du hast jetzt ne Mumie entfesselt, oder was? Ich hab jetzt... Ja, ich hab jetzt den Sammler. Alter, was ein riesen Schädel hier liegt. Wo bist du? Ach, hier drüben. Wie geht's noch weiter? Oh. Wie geht's gut hier auf dem Tisch? Erlöse ihn doch. Ja, damit konnte keiner rechnen. Ich wollte ihm doch nur die eine Rippe zurecht fliegen. Ich hab jetzt einfach mal so ganz saft losgeschwungen. Mega. Okay, hier könnte... Was kommen jetzt, oder? Der dampft da hinten so. Ach ne, das ist ein Portal. Okay. Oh. Oh. So viele Lechi-Sachen, aber... Bringt uns halt nix, ne? Es geht schon mal. Ciao, Clunog. Ey. Standort oben. Ach so, beschwöre den neuen Überlebenden. Ne. Ach so, wann mal kam er ins Ziel zurück, oder was? Wir sind jetzt zurück, ja. Wir können hier jetzt rausporten. Hä? Ist die Halle jetzt schon fertig? Ja. Aber wir haben doch gar keinen Boss gehauen. Es gibt keinen Boss. Ach so. Das konnte ich doch nicht sagen vorhin. Du hast irgendwas von dritten und vierten Boss gesagt. Dritte und vierte Dungeon. Ach so. Ja dann. Können wir ja quasi... Aber ich hab hier noch ein Ausrufezeichen dran. Warte mal. Warte mal. So, wahrscheinlich... Haben wir noch irgendwas? Wir sind in einen Weg nicht nach rechts runter gegangen. Wir sind links durch die Fallen durch. Ich geh nochmal schnell gucken. Was denn? Ich bin unter Umständen schon wieder bei dir. Ach so, ist okay. Ah, ne. Jetzt sind ja die alle wieder neu da. Och nein, die... Die Teller, lauf! Lauf! Sie kommen! Sie haben uns gesehen. Der Teller, der macht die platt, ne? Der kennt da nix. Teller, wir warten zu Hause auf dich. Alles klar. Macht schon mal das Essen warm. Danke. Ich sortier schon mal Lut ein. Oh, Teller! Ach so, ne. Das war nicht dein Lebensbalken. Oh Gott. Ich sag grad so, oh no! Ist leider die Schwester von Nüda? Bestimmt. Ne, die Schwester von Nüda ist immer da. So, wir müssen leider die hier zerlegen. Weil die nix bringen. Weil die zu low sind. Aber naja. Knochenpfeil. Warum sieht der Knochenpfeil so aus? Man weiß es nicht. Schädelbeschwörungsgefäß. Ach, das ist das, was du die ganze Zeit hattest? Davon hab ich auch sieben Stück. Ah. I see, I see. Ach guck, Teller hat's auch geschafft. Äh, okay. Überlebenden beschwören. Oh nee, dem muss ich ja dann auch wieder in der Hütte zaubern, ne? Erstmal muss ich den, ja. Beschwörungsstab finden. Der sieht halt ein bisschen... Ähm. Ich glaub, der steht. Lass aus. Ich glaub, der steht. Hast du grad gesagt, ich glaub, der steht. Ja. Okay. Dann stellen wir den mal raus an die frische Luft. Ah. Oh ja, dem müssen wir, glaub ich, in den Keller bauen. Ah, frische Luft für meine müden Lungen. Ich grüße dich, neuer Freund. Ich bin ein Fehrmann. Ein Hüter der Seelen. Ein Licht in der Nacht. Was für ein Glück für dich, du zielloser. Ich werde deinen Weg erleuchten. Wüsst du das, ja? Du trägst, ich lief. Danke dir, mein Freund, bin ich endlich frei. Alle Namen sind flüchtig, nur Schall und Rauch. Ich habe so viel, wie eine Sanduhr Sandkörner hat. Für dich werde ich Alden sein. Ich bin das Licht, das flussabwärts winkt. Licht kann winken? Ein verblassender Stern hinter den Nordwinden. Ein Sammler, der irdische Ketten zerbricht. Ich werde den Schleier für dich lüften, wenn du bereit bist. Ach, das ist gar kein Totenkopf, der hat eine Maske auf. Der Tribut ist gering, das verspreche ich dir, mein Freund. Der hat aber jetzt... Ich muss die Sprung hinlegen. Ach, ja. Die wahnsinnigen Erloschenen werden von Weißglut angetrieben. Sie müssen befreit und zu den Winden des Schicksals zurückgeführt werden. Zertrenne ihren Hass mit der Schwertspitze. Zerbrich ihre bleichen Finger wie Wunschknochen. Rupfe die Goldzähne aus ihren Kiefern und bringe mir den Kopf der einäugigen Bestie in ihrer Mitte. Damit wir aus seinem Schädel trinken können. Versammle deine Gefährten und stelle den Schlüssel her, um herabzusteigen. Okay. Wieso hat der jetzt so viele Ausrufezeichen Hilfe? Ich muss vorher fragen. Teller? Ist das Spoiler? Oder machst du jetzt einfach mit? Na, ist gut. Okay. Ich hab nicht mit Spoiler an. Ich mach das mit. Okay. Gott, Gott. Der hat ne Maske auf, aber warum liegt denn hier Stroh? Wo ist denn die Werkbank bei dir her? Oben im Lager. Also hier gleich links in der Hütte oben. Die Menschen folgen dir, mein strahlender Freund. Doch warum? Ich sehe ein pulsierendes Licht in deinem Brustkorb, das von Fleisch und Knochen gehalten wird. Interessant. Vielleicht hast du getan, was ich nicht tun konnte. Sie nennen dich Flammenblut? Die Flamme bringt also sowohl Segen als auch Fluch mit sich. Oh, wie das Schicksal sich entfaltet und entzweit, um uns zusammenzubringen, Freund. Ach, das ist auch was, ne? Ich hab gesagt, da kommen bestimmt noch mehr Überlebende. Tadaaa! Er schwebt in der Brise. Mit jedem frischen Atemzug, den ich nehme, setzt sich ein unbekannter Gestank in meiner Lunge fest. Was ist das? Ein weiterer Fluch? Das Miasma, sagst du? Ein bösartiger Nebel, der die Törichten und Tapferen erstickt. Solch sterbliche Probleme stören diejenigen kaum, die sich darüber erheben. Du und ich, die wir von der Flamme berührt sind, bleiben unerschütterlich. Und last but not least, der Nordwind hat sie flussabwärts getragen. Sie kommen von den fernen Felsen, monolithisch und unbeweglich, mit zyklopischem Blick auf die tanzenden Lichtböen am Horizont. Sie werden von den Schimmern angezogen wie Motten von der Flamme und sind verhängnisvoll gierig. Sie flohen, als sie vom Fluch verbrannt und ausgehöhlt wurden. Erweise ihnen keine Gnade. Sie würden dich zu Staub zu malen, wenn sie die Chance dazu hätten. Okay, wir haben sehr viele. Aber der will gar keinen... War der tot, hat ein Herz. Der will gar keine Bleibe haben, oder? Hey, hey! Über den Sammler. Der Alchemist sagt, ich habe dich beauftragt, die Hallen der Erloschenen zu erkunden, also trage ich wohl zum Teil Verantwortung für unseren neuen Freund. Du weißt, dass ich stets auf der Seite des Lichts wandle. Diese Person jedoch hält sich in den Schatten auf. Unterschlupf für alle, natürlich. Aber ich rate zur Vorsicht. Diese Kreatur verstrickt die Fäden des Schicksals zu einem chaotischen Gewirr. Echt dunkle Energie. Ich frage mich, woher diese Aura nur stammt. Oh Gott, haben wir jetzt einen Imposter in unserer Gruppe? Enzo! Hallo! Hallo, Dario! Ein Imposter. Das ist ein Imposter. Sag's euch. Ich bin Heller jetzt auch! Das ist ein Imposter. Das ist ein Imposter in der, in! Untertitelung des ZDF, 2020